Achso und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich spiele seit ca. 1300 Stunden Hand Showdown und in der Zeit haben sich so einige Highlight Runden angesammelt. Leider habe ich einen Fehler gemacht und bei den Aufnahmeeinstellungen meine eigene Tonspur verkackt. Trotzdem wollte ich diese vier Runden in einem Video zusammenschneiden. Also lehnt euch zurück und genießt die Runden. In der Mitte. Zu dem Gang. Direkt da, da stand er direkt. Da kommt er jetzt auch wieder. Oh, soll mal aufpassen. Ja, ja, Slug ist zu OP einfach. Das ist total schlimm. Das war der Plagg, der Doktor, gell? Vorsicht, bei dir ist eine Dachlupe. Ja, nice. Was ist das? Angatet! Angatet! Hinter dir! 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 Rüber. Die haben Shotguns. Die Stroten in dem Game sind so overpowered. Das ist nur weil die alle Slugs rein tun, das ist... Ich verstehe nicht warum das das überhaupt mal in diesem Spiel gibt. Oben von dem Tower aus, von dem kleinen Tower aus. Sehr schön. Kleiner Tower, kleiner Tower. Tower! Ah ja, fuck you, du Hucke. Guter Rest. Oben. Einer ist auf der Mauer bei Leo. Mal war schon mal ran da, du kannst ihn so nicht sehen. Der ist nicht... Ja, ich hab einen auf mir. Hat ein Hit, hat ein Hittes One Shot. Sehr schön. Hörst du bitte für mich? Ich zieh durch. Sehr schön. Geh da mal durch und... Nee. Ja, genau. Da lang. Da gehst du runter. Und dann rechts. Und da ist so deine Tür. Die Masse auf. Sprinte weiter. Rechts, rechts, rechts. Da bei der Atmosphäre. Genau. Hier. Hier rein. Und dann drücken. Okay. Schade. Wäre zu geil gewesen. Jetzt wieder vom... Die Frau innen drin hat ne Terminus. Okay. Danke, Agent K. Uh, ladies and gentlemen, if you will, look right here. Sehr schön. Sehr schön. Ja. Hm. Ja. Ich glaube schon. Ich habe den mit so einem Schlagring gemacht. Das lässt andere Team. Es war in diesem Moment, dass er es wusste. Er hat mich verletzt. Sicht drüber. Und von da aus ist er... gerade wegs drüber gewesen. Da ist so keine Sicht gerade. Ziemlich safe. Und es waren noch 67 Meter Ecken. So. Und da war es. Lange Wegstrecke direkt drüber. Genau da. Nice. Er ist tot. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.